Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und heute spielen wir mal mit der schlechtesten Bundesliga-Mannschaft, die man sich so ausstellen kann. Ich hätte das ja schon mal mit der Premier League gemacht und heute mache ich das Ganze mal mit der Bundesliga. Und hier im Tor haben wir Bundic von Ingolstadt, in der Verteidigung Redemann, Eidogan, Fritsch und Ronstadt. Dann hier Tech-Partei, ich hoffe, das riecht ausgesprochen, Sauerland, Bornic. Wir haben drei Dortmunder in der Mannschaft. Und Fisch außen, das ist quasi linke Seite von Darmstadt, ganz vorne von Augsburg Kurz und Bunyaki, das ist quasi die Elf, die wir spielen lassen. So, wir sind Liga 8, wir haben eine Gesamtwertung von 70, also 170 mit Chemie, wenn man das so zählen will. Freunde, es geht los, ich bin gespannt auf den Gegner und es wird trotzdem, auch wenn wir Liga 8 sind, nicht einfach. So, das ist unser Gegner, Freunde. Komplett italienische Mannschaft, heißt komischerweise FC Hose. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Und, äh, ja. Aber trotzdem wird ein harter Brocken, aber wir geben wie immer alles. So, Freunde, wie immer online, erste Halbzeit, los geht's. Ich bin gespannt. Und der Gegner lässt den Ball schon mal gut laufen. Dadadadadadadadadada. Er hat nicht einmal den Ball bis jetzt. Also kommst du halt auch nicht nach vorne, ne, großartig, wenn die ganze Zeit passt. Oh, doch. Das macht er gut, das macht er wirklich gut, aber da haben wir den Ball. Ach man, man merkt direkt, dass das halt alles 58er oder so im Schnitt sind. Aber da holt er sich direkt den Ball. Kann die Flanke jetzt mal kommen? Die kommt. Und dann köpft er den nicht mal rein, Alter. Nicht mal aufs Tor köpft er den. Es war doch schwerer, den daneben zu setzen. Sowas von. Als den einfach mal aufs Tor zu köpfen. Naja. Egal. Kein Problem. Es geht weiter. Nach hinten. Genau. Aber schon ist der Ball wieder da. Jetzt haben wir mal vielleicht die erste Tormöglichkeit. Da war der erste Schuss. Und der kommt von uns auf Perrin. Wir holen uns den wieder. Wenn wir den jetzt durchstecken können. Aber er hat Freistoß. Weil der Gegner dran war. Erste gelbe Kante. Kante. Erste gelbe Karte für Wendell von Bayer 04 Leverkusen. Wir bringen den Ball mal als Flanke. Buntic. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist der Torwart. Aber wir können direkt mal schießen. Aus der zweiten Reihe. Und da muss ich gleich mal aufpassen. Ich habe einfach jetzt mal geflankt. Und das war Buntic. Unser Torwart. So. Wenn wir jetzt durchstecken. Der Ball kommt an. Der kommt an. Oh nein Perrin hält den noch irgendwie dieser Schuss. Warum kann der nicht reingehen? Erste Ecke für uns. Oh. Wieder Buntic. Ich bin hier viel zu schnell. So. Bunyaki mit der Flanke. Behindern die sich selber da. Ist unser Torwart eigentlich schon ein Tor. Jetzt schießt er. In der eigenen Hälfte kannst du nicht aufs Tor schießen. Weil dann klärst du den Ball. Naja. Hätten wir das auch geklärt Freunde. Und wieder außen. Ziehen wir nochmal nach innen. Der Ball wird nochmal gespielt. Nochmal außen. Nochmal außen. Mach ihn rein. Nochmal. Oh Mann. Viel zu viel Hackespitze. 1, 2, 3. Einfach mal reinhämmern das Ding. So wie Willock im letzten Video. Oh. Der war schön gespielt. Jetzt ist er drin. Nein. Und wieder Perrin. Und der war im Abseits. Fuck it. Fehlpass vom Gegner. Jetzt aber. Können wir uns hier durchsetzen. Wir kommen zum Tor. Und schon wieder Perrin. Mann. Unsere Chancenverwertung ist ja auch echt kacke. Mist. So. Ecke. Von Kurz. Kopfball. Wieder bleibt der Ball in unseren Reihen. Wir können aufs Tor schießen. Und was für ein Ding. Alter Schwede. Hämmert der den rein. Wer war es? Das müsste ein Innenverteidiger gewesen sein oder so. Oder war es? Das war auf jeden Fall glaube ich ein Dortmunder. Wie heißt der nochmal? Alter Schwede. Wie er den da reingepfeffert hat. Reddemann. Jawohl. Junge. Haut der den Ball da rein. 1-0. Für unsere Bundesliga-Mannschaft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geht in die Mitte rein. Geht in die Mitte rein. Gut verteidigt hier. Gut verteidigt. Und da ist es. Und da ist es schon Halbzeit. 1-0 völlig verdient. Der Gegner hatte nicht einen Torschuss, Freunde. Und so müssen wir es weitermachen in der zweiten Halbzeit. Damit wir das Ding hier locker flockig nach Hause fahren. So schön legen wir uns mit drei Mann hier in den Weg rein. Auch nicht schlecht. So kann man natürlich auch jemanden stoppen. Boah. Und schöner Ball auf Bunyaki. Macht dann rein, alter Weltklasse. Das 2-0. Und das ist, ich sag's euch, eine 58er Truppe hier. Die sind nicht alle besser als 58 oder sonstiges. Und dann machen die Zebras, sag ich mal. Die sind richtig nice Trikots übrigens von Juventus. Und dann spielen wir hier so einen geilen Ball aus dem Fußgelenk auf Bunyaki. Und der hat keine Probleme, das Ding hier zum zweiten einzuschieben. Jawohl. Bunyaki. Schieb das Ding an Perrin vorbei. So. Und da ist der Ball schon wieder weg. Und jetzt kann der Konter gefahren werden, wenn wir drankommen. Nein. Schade. Kommen wir dran. Ja. Oh nein. Oh nein. Noch mal zu lange den Knopf gehalten. Oder gedrückt. Da ist der Schoß und der ist drin. Oh Mann. Weil wir einen zweiten, weil wir halt einen schlechten Torwart drin haben. Mist. Schauen wir uns nochmal an. Der schießt einfach mal. Und er fällt um wie eine alte Bahnschranke. Dennoch schaffen wir es den Ball zu erobern. Und ganz außen ist Fisch. Den hat hier keiner auf dem Schirm. Aber keiner ist in der Mitte, Freunde. So. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit zu flanken. Aber wieder abgewehrt vom Gegner. So. Der spielt uns einfach mal den Ball zu. Wir drehen uns. Kommen wir zum Schuss. Oh. War der knapp. Der Burnic, Mann. Aber da können wir nicht mehr viel draus machen. Die Jungs sind auch schon kaputt. Aber jetzt schöner Doppelpass. Bunyaki. Und der schießt das Ding nach Moskau. Mann, Mann, Mann. Schade. Das wäre der Deckel gewesen, wenn der reingeht. Dann ist hier ein Deckel drauf, Freunde. Aber so nochmal schön gespielt. Kein Abseits. Bunyaki. Kein Abseits. Das 3 zu 1. Und das ist auf jeden Fall die Entscheidung. Wir haben definitiv gewonnen. Jetzt ist noch die Frage, wie hoch fällt das Ergebnis aus? Schießt der Gegner noch eins? Oder schießen wir eins? Und das Weltklasse gemacht von beiden. Boah. Und dann fliegt er noch durch die Luft hier. Der Enis. Bunyaki. So. Und wenn die jetzt kommt, einfach mal lang. Oh. Der Ball kommt da nicht raus hinten. Jetzt aber. Und jetzt müssen wir in Konter aufpassen. Den müssen wir direkt unterbinden hier. Schön. Von Ronstadt. Jawohl. Und der Ball ist im Aus. Sehr gut. Jetzt verteilt er hier nochmal eine gelbe. Hat er heute noch nicht genug verteilt. An Bunyaki. So. Und wieder prallen lassen. Nochmal das Ganze. Ich glaube, der Gegner will jetzt nur auf die Knochen gehen. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen. 3 zu 1. Mit der vermeintlich schwächeren Mannschaft. Und Freunde. Das war wirklich die schwächste Mannschaft, die man sich eigentlich so im Ultimate Team kaufen kann. Ich glaube, eins der Position haben wir nicht maßstabsgetreu bekommen. Müsst auch mal auf die Seite gehen. Footed.com. Dort könnt ihr immer sowas nachschauen. Wer der Schwächste ist. Wer der Stärkste auf seiner Position ist. In der Bundesliga. In jeder Liga, die es in FIFA gibt. Freunde. Das war es von mir. Wir schauen uns jetzt hier aber nochmal die Statistik an. Und ich möchte mal wissen, wie viele Torschüsse der Gegner hatte. 3 und ich 7. Völlig verdienter Sieg. Auf jeden Fall. Freunde, das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Peterle. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Und tschau'sen.